Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Stellen Sie sich vor, es gäbe ein natürliches Mittel, das Bienen seit Jahrtausenden nutzen, um ihre Behausungen gesund zu halten. Und es könnte auch Ihnen helfen, Ihr Immunsystem zu stärken und Entzündungen zu bekämpfen. Propolis, auch bekannt als Bienenharz, ist ein wahres Wundermittel aus der Natur. Es wirkt im menschlichen Körper wie ein Schutzschild. Propolis hat starke antimikrobielle, antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften, Das bedeutet, es kann helfen, das Immunsystem zu unterstützen, schädliche Keime abzuwehren und Entzündungen zu lindern. Propolis kann wie einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden. Schauen wir uns einige der häufigsten Erkrankungen an, bei denen es helfen kann. Bei Erkältungen oder Bronchitis kann es helfen, die Vermehrung von Viren zu hemmen und Bakterien abzutöten, die oft zu zusätzlichen Infektionen führen. Es lindert Halsschmerzen und Entzündungen in den Atemwegen und unterstützt das Immunsystem dabei, schneller wieder auf die Beine zu kommen. Durch seine starke entzündungshemmende Wirkung ist Propolis hervorragend zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen, Aphten und anderen Infektionen im Mund- und Rachenraum geeignet. Es fördert die Wundheilung und reduziert schmerzhafte Schwellungen. Propolis-Mundspülungen oder Lutschtabletten werden häufig empfohlen, um die Heilung bei diesen Beschwerden zu beschleunigen. Propolis fördert die Heilung von Wunden, Hautinfektionen und Verbrennungen. Es wirkt antimikrobiell und unterstützt die Regeneration der Hautzellen, was besonders bei kleinen Schnitten, Schürfwunden oder Ekzim hilfreich ist. Propolis-Salben kommen oft zum Einsatz, um Entzündungen zu lindern und das Risiko von Infektionen zu senken. Im Magen-Darm-Trakt hat Propolis eine beruhigende und heilende Wirkung auf gereizte Schleimhäute. Besonders bei Gastritis, Magengeschwüren oder Darmentzündungen zeigt Propolis durch seine entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften positive Effekte. Es unterstützt die Heilung der Schleimhäute und kann helfen, schädliche Bakterien wie Helicobacter pylori zu bekämpfen, die oft für Magengeschwüre verantwortlich sind. Dank seiner antibakteriellen Wirkung kann Propolis auch bei Harnwegsinfektionen wie Blasenentzündungen helfen. Es reduziert die Anzahl der pathogenen Bakterien und fördert die Heilung des Harntrakts. Dadurch kann es eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Antibiotika sein. Die antiviralen Eigenschaften von Propolis machen es zu einem effektiven Mittel gegen virale Infektionen wie Herpes. Studien zeigen, dass Propolis die Vermehrung des Herpesvirus unterdrücken kann, was zu einem schnelleren Abheilen von Bläschen führt und die Schmerzen lindert. Interessanterweise kann Propolis auch bei bestimmten allergischen Reaktionen helfen. Es moduliert das Immunsystem und kann die Ausschüttung von Histamin hemmen, einem Botenstoff, der bei allergischen Reaktionen eine große Rolle spielt. Propolis ist reich an Flavonoiden bzw. starken Antioxidantien, die den Körper vor freien Radikalen schützen. Freie Radikale sind instabile Moleküle, die Zellen schädigen und zu chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Problemen oder sogar Krebs führen können. Propolis kann somit helfen, die Zellen zu schützen und das Risiko solcher Erkrankungen zu reduzieren. Auch für Sportler hat Propolis einiges zu bieten. Es kann helfen, Muskelschmerzen und Entzündungen nach dem Training zu lindern. Gleichzeitig stärkt es das Immunsystem, was gerade in intensiven Trainingsphasen von großem Vorteil ist, um Infektionen vorzubeugen. Viele Sportler schwören zudem auf Propolis, um ihre Regenerationsphasen zu verkürzen. Sie können es unverarbeitet als Kapseln oder als Propolis-Tinktur zu sich nehmen. Für die äußerliche Anwendung gibt es Propolis-Salben und Cremes, die bei Hautproblemen und kleinen Verletzungen wahre Wunder wirken können. Achten Sie beim Kauf immer auf die Qualität und wählen Sie möglichst Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Dosierung von Propolis hängt stark von der Darreichungsform und dem jeweiligen Produkt ab. Beginnen Sie mit einer niedrigen Dosis und steigern Sie sie langsam, um den Körper an das daran zu gewöhnen. Für Tropfen liegt die empfohlene Dosis häufig bei etwa 10 bis 20 Tropfen pro Tag, je nach Konzentration. Bei Kapseln oder Tinkturen folgen Sie am besten den Angaben des Herstellers. Auf unserem Kanal finden Sie noch viele weitere spannende Informationen und Gesundheitstipps. Abonnieren Sie uns und aktivieren Sie die kleine Glocke. Teilen Sie auch gerne Ihre Erfahrungen und Fragen unten in den Kommentaren. Wir freuen uns über Ihr Feedback und ein Like von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei durchunddurchgesund.